Angenommen, du bist von einer Stadt, als Kind von einer Stadt mit deinen Eltern in eine andere Stadt gezogen und kommst dort in eine neue Schule. Aber in der alten Stadt und in dieser alten Schule, da hattest du einen Lehrer, den du verehrt hast, den du geliebt hast, den du wertgeschätzt hast, beziehungsweise der dich wertgeschätzt hat. Aber die Jahre über, als er dich gelehrt hatte, hat er dir etwas Falsches beigebracht, ohne dass er es selbst gewusst hatte. Aber du hast dieses Falsche einfach total angenommen. Du hast es ja niemals in Frage gestellt. Auch der Lehrer hat es natürlich niemals in Frage gestellt. Und so bist du mit diesem Falschen Lernen aufgewachsen und hast mit diesem Falschen Lernen in die Welt geschaut. Und plötzlich kommst du in die neue Schule, in das neue Klassenzimmer und du siehst, dass der Lehrer dir etwas völlig anderes beibringt und du es überhaupt nicht glauben kannst, was dir da beigebracht wird und den Lehrer immer wieder unterbrichst und rufst, ja, aber das stimmt nicht. Das sieht so und so aus. Die Welt ist das und das. Ich habe das so und so gelernt. Und der Lehrer ist aber geduldig, denn er weiß, woran du leidest. Aber er weiß auch, dass du bereit sein musst, etwas Neues zu lernen. Das alte, vergangene Lernen aufzugeben, ist nicht so einfach, wie du glaubst. Es ist ein beständiges Lehren und Lernen. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. In diesen drei Sätzen wurde dir der ganze Kurs in Wundern erklärt. Und wenn dir gesagt wird, dass du von der Liebe Gottes erhalten wirst oder dass dich Gott den ganzen Tag, egal wo du bist, umhüllt und natürlich die ganze Welt und du aber sagst, das stimmt nicht, du musst dir noch Sorgen machen um dieses oder jenes, weil dein getrenntes Lernen immer noch aktiv ist, dann lernst du nicht den Kurs in Wundern. Dann lernst du noch das, was du in der alten Schule gelernt hast. Wenn wir unser, wenn wir ein Projekt vorhaben und eine tolle Idee, jawohl, das hört sich gut an und nach so ein, zwei Tagen kommen wir dann, Oh, wenn das gut geht. Und ich habe ja diese Erfahrung gemacht. Und was ist, wenn das schief geht? Ach komm, ich lasse es lieber. Und schon begraben wir unsere wunderbaren Inspirationen, die von der höheren Quelle zu uns gelangen. Ich bringe wieder mein altes Lernen in die Gegenwart. Und somit mache ich wieder eine tragische Zukunft, die wieder düster ausschaut und ich begrabe meine Projekte, die eigentlich meinen tiefen Herzenswunsch entsprechen. Und solange wir unser Vergangenes falsches Lernen aus einer fehlerhaften Schule immer wieder hineinbringen in den Kurs in Wundern, solange machen wir keine Fortschritte. Wir sind im Konflikt. Wir sind in ständigem Konflikt mit der Wahrheit. Und solange wir im Konflikt mit der Wahrheit sind, können wir die Wahrheit nicht sehen. Ja, aber. Aber. Ja, wenn. Wenn, wenn, wenn. Aber, aber, aber. Ja, da kann nichts geschehen. Ich sage es dir. Und wir sind hier angehalten, die Übungszeiten einzuhalten. Ja, ich weiß doch, Gott geht den ganzen Tag mit mir. Ja, ja, ich weiß. Bist du bereit für die Erfahrung? Ja, ich weiß doch, dass Gott die Liebe ist, in der ich vergebe. Ja, bist du bereit, das zu üben? Sag nicht einfach nur, ich weiß das. Es ist die Zeit der Übung, um dieses neue Lernen in diesem neuen Klassenzimmer zu erfahren. Jesus sagt dir nicht umsonst, hey, setz dich hin, nimm dir zwei Minuten und übe das zu dieser und jenen Zeit. Ich habe das lange vernachlässigt. Ich dachte, ja, das sehe ich doch, das ist doch, Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue, coole Sache, das weiß ich. Das Ego hat wieder mal, das alte Klassenzimmer hat wieder einmal seine ganze Arbeit geleistet. Ich weiß das. Nein, ich weiß es eben nicht. Wenn ich nicht übe, weiß ich es nicht. Aber ich bringe beständig mein altes Lernen hinein und bin blind für die Wahrheit und greife dennoch meine Mitmenschen an, weil die es nicht kapieren. Und ich tue so, wie wenn ich es kapiert hätte. zum Fasching kann man schon mal sagen, dreimal kurz gelacht. Und dann will ich noch die Welt in ihrem fehlerhaften Denken korrigieren. Ich glaube dann noch, ich kann die Welt manipulieren, indem endlich meine Eltern, mein Partner, meine Kinder unter sich verändern. Das ist so eine, das sollte jetzt so eine Fanfare ertönen und wieder dreimal kurz gelacht. Es ist lächerlich, auf diese Art und Weise die Welt noch betrachten zu wollen. Tatsächlich. Diejenigen, die wirklich die Wahrheit erfahren wollen, lassen ihr Vergangenes Lernen los, indem sie praktizieren, indem sie sich die Zeit nehmen und hören wollen, was hier denn steht. Und nicht einfach sagen, ich weiß das. ich weiß, das bedeutet, ja, ja, ich bringe mein altes Lernen mit hier hinein. Denn mein Partner ist ja immer noch blöd. Und meine Eltern, die haben es ja noch nicht kapiert. Deine Eltern haben es nicht kapiert? Du bist der, der es noch nicht kapiert hat. Ja, meine Kinder machen diesen und jenen Fehler. Ja, dann heb doch mal den Fehler in deinem Denken auf. Bring doch nicht dein vergangenes Lernen hier herein. Die Welt ist schon erlöst, nur du noch nicht. Die Welt ist schon vergangen, nur du hältst es mit deinen Glaubenssätzen aufrecht. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Und wie oft haben wir hier schon gehört, dass du hier nur dein Spiegelbild erfährst? Dein Denken? Du erfährst hier nur deine Gedanken? Ja, das weiß ich. Und dennoch wiederholst du vielleicht jeden Tag immer wieder das alte Lernen. Jetzt wird es schon Zeit, jetzt wird es schon Zeit, wirklich zu üben, dich tiefer hineinfallen zu lassen und etwas völlig Neues in die Erfahrung zu bringen. Theorie hast du jetzt genug. Der Kurs in Wundern ist nicht ein weiteres Buch. Der Kurs in Wundern ist eine universelle Lehre, die gelernt werden will durch Praxis. Durch die Praxis, die du überall hineinbringst. Und wenn du die Erfahrung machst, dass Gott die Liebe ist, in der du vergibst, in der du der ganzen Welt vergibst und jedem Einzelnen, dann willst du nur noch diese Lektion praktizieren und nicht mehr deinen Aber glauben. Aber, 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 wenn, wenn, wenn. Hm, hm, hm. spürst du, was ich meine? Ich glaube schon. Das Ego ist sehr wachsam. Es greift ständig an. Es greift die Welt an. Ständig. Und dann kommst du mit deinem Halbwissen und erklärst du dann noch der Welt, was sie zu tun hat. Wer derjenige, der anderen noch erklärt, was er zu tun hat, der hat überhaupt nichts verstanden. Überhaupt nichts. Ja, ich lese den Kurs in Wundern und da steht, dass du von der Liebe Gottes umgeben bist, aber du spürst es ja nicht und deshalb kannst du das ja nicht erfahren. Hallo, es dreht sich um dich. Nur um dich. Bist du bereit, es zu erfahren oder möchtest du weiterhin die Welt angreifen, weil der Lehrer in deiner alten Schule so sympathisch war und dich so umsäuselt hat und dir erzählt hat, du, da draußen gibt es eine Welt, die ist gefährlich. Im neuen Klassenzimmer heißt es, die Welt ist in deinem Geiste, erlöse sie in deinem Geiste. Das ist alles. Und unsere Blindheit, die schützt uns nicht vor Schmerz. Unsere Blindheit schützt uns nicht vor Leiden. Unsere Blindheit schützt uns nicht vor Krieg und Tod und Mangel. Wenn wir endlich die Augen öffnen, und das geschieht durch den Heiligen Geist, wenn wir das tun, wird all unser Konstrukt, all das, was wir zu glauben wissen, in unserem Geist geheilt. Du bist verantwortlich für das, was du siehst, was du fühlst und was du erfährst. Wer denn sonst, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, ich sehe mich. Und wenn du in die Welt schaust, siehst du dich. Du siehst nur dich. Die Welt ist ein Spiegel, keine Tatsache. Übe, 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 denn es steht für dich ein großes Lernen bereit. Und jede kleine Übung, die du in deinen Alltag hineinbringst und sage nicht, du hast keine Zeit. Jede kleine Übung, die du hineinbringst, kann der Heilige Geist nutzen, um dein altes Lernen aufzuheben. Und wenn du noch unter deinem alten Lernen leidest, was dir vielleicht jetzt durch diesen Podcast deutlicher wurde, dann kannst du wenigstens sagen, okay, ich werde mich an die Übungsanleitungen halten in der neuen Schule, beim neuen Lehrer. Und heute ist die Übungsanleitung die folgende. Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. Gott vergibt nicht, weil er nie verurteilt hat. Die Schuldlosen können nicht beschuldigen und diejenigen, die ihre Unschuld angenommen haben, erblicken nichts, was zu vergeben wäre. Doch die Vergebung ist das Mittel, durch das ich meine Unschuld wieder erkennen werde. Sie ist das Spiegelbild der Liebe Gottes auf Erden. Sie wird mich dem Himmel genügend nahe bringen, damit die Liebe Gottes zu mir herunter reichen kann und mich zu ihm empor heben kann. Die Schuldlosen können nicht beschuldigen. Nur diejenigen, die sich schuldig fühlen, glauben, dass da draußen noch jemand ist, der schuldig ist. Nur derjenige, der angreift, jemanden anderen angreift oder ihn verurteilt oder von ihm glaubt, er hat einen Fehler gemacht, derjenige fühlt sich immer noch schuldig, will dies in sich nicht fühlen und schleudert es auf den anderen. Und die Vergebung ist das Mittel, durch das ich meine Unschuld wieder erkennen werde. Na, dann wird's doch Zeit, heute der Welt eine andere Antwort zu geben. Wenn du irgendjemanden, du liest etwas in der Zeitung, du schaust die Tagesschau, du schaust deine Filme über YouTube oder ich habe keine Ahnung wie du, welche Informationen heute zu dir kommen, oder du sitzt in der Straßenbahn und irgendjemand benimmt sich daneben, daneben, du gibst der Welt eine neue Antwort. Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. Und schon wird dieses Bild, egal durch welches Medium es zu dir kommt, in deinem Geist geheilt. Denn alles findet nur in deinem Geist statt, in deinem unerlösten Denken. Und du siehst nur deine Gedanken und du beschäftigst dich den ganzen Tag nur mit deinen Gedanken. Der ist blöd. Ja, woher kommt dieser Gedanke? Es ist dein Gedanke. Der hat einen Fehler gemacht, ja, du zum Glück nicht. Woher kommt dieser Gedanke? Wo ist dieser Gedanke? Offensichtlich in dir. Also beschäftigst du dich doch nur mit deinen Gedanken. Und soweit sollten wir inzwischen schon vorgedrungen sein. Die sind bedeutungslos. Meine Gedanken über bedeuten nichts. Grundschule Klasse 1 Im Klassenzimmer der Liebe Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Es ist nicht meine eigene Stärke, durch die ich vergebe. Es geschieht durch die Stärke Gottes in mir, an die ich mich erinnere, wenn ich vergebe. Wenn ich zu sehen beginne, erkenne ich seine Widerspiegelung auf Erden wieder. Ich vergebe allen Dingen, weil ich fühle, wie sich seine Stärke in mir regt. Und ich beginne mich an die Liebe zu erinnern, die ich zu vergessen beschloss, die aber mich nicht vergessen hat. Gott ist meine Stärke, auf die ich vertraue. Ja, möchtest du noch auf dein altes Lernen vertrauen, dass die Welt so und so ist und an der Welt irgendetwas nicht in Ordnung ist? Das alte Lernen beinhaltet solche seltsamen Ideen, die Trennung, das ist das alte Lernen und du kannst doch dich auf deine Stärke beziehen und wer sich auf seine Stärke bezieht, der wird niemals mehr über irgendjemanden anderen verurteilen, denn er weiß, er urteilt nur über sich selbst. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis die Hand lange genug auf der Herdplatte war und du aufhörst, deinen Konflikt immer wieder wahr zu machen. Ja, meine Vergangenheit war so tragisch, deshalb kann ich heute dieses Leben nicht führen. Dreimal kurz gelacht. Du bist Christus. Du bist der leuchtende Buddha. Dein Geist lächelt jetzt. Du wurdest nicht vergessen, aber du wolltest es so haben, wie es bisher geschah. Wie du es immer wieder wahr machst, du wurdest nicht vergessen, aber du hast beschlossen, Gott zu dissoziieren. Hol ihn wieder herein in dein Leben und dann wirst du erfahren, Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue und nichts anderes. Und daraus resultiert natürlich die eine Tatsache, es gibt nichts zu fürchten. Oder glaubst du noch, in Gott gibt es irgendetwas zu fürchten? In Gott ist irgendein Projekt gefährdet? In Gott ist dein Leben gefährdet? In Gott gibt es nichts zu fürchten. Egal wo du dich jetzt befindest und genau in der Situation, in der du dich jetzt befindest, bist du aufgefordert, diese Lektion zu lernen und zu lehren. Es gibt nichts zu fürchten. Wie sicher wird mir die Welt erscheinen, wenn ich sie sehen kann? Sie wird nichts gleichen, was ich mir jetzt zu sehen einbilde. Alles und jeder, den ich sehe, wird sich zu mir neigen, um mich zu segnen. Ich werde in jedem meinen lieblichsten Freund wiedererkennen. Was könnte es in einer Welt, die ich, der ich vergeben habe und die mir vergeben hat, zu fürchten geben? Das siehst du, solange du dich noch vor irgendetwas fürchtest, solange hast du noch nicht vergeben, solange agierst du deine eigene Furcht aus, deine Trennung, lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Und alle deine Probleme sind schon gelöst, denn sie entstehen nur aus der einen Idee, dass es eine Trennung zwischen dir und der Welt gibt, dass du Trennung verursachen kannst, was niemals möglich ist. Vergib heute und all deine Furcht wird schwinden. Vergib heute in der Liebe Gottes und dich wird es durch nichts mehr, du wirst in nichts mehr verunsichert, du weißt genau, was zu tun ist. Die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir. Ja, aber ich höre sie nicht, doch du hörst sie jetzt. Die Stimme Gottes zu hören ist das Einfachste, was dir jemals geschehen kann. Die Stimme des alten Klassenzimmers zu hören, ist sehr kompliziert. Du hast einen enormen Anpassungsprozess durchlaufen, um jeden Tag die Stimme der Lüge, der Unwahrheit, der Furcht und des Schmerzens zu hören. Werde still, halte inne, lehne dich an einem Baum, geh in die Natur und frage nach der Stimme Gottes und und erlaube und erlaube dir, dass du weißt, dass du sie hören kannst. Ich kann die Stimme Gottes hören, dessen bin ich mir jetzt sicher. Und dann wird sie durch dich hindurch dringen. Vielleicht nicht im sofortigen Augenblick, aber plötzlich bekommst du den Frieden Gottes durch einen Schauer der Liebe, der durch dich hindurch zieht oder wie auch immer. Es gibt nicht einen Augenblick, in dem die Stimme Gottes aufhört, meine Vergebung anzurufen, um mich zu erlösen. Es gibt nicht einen Augenblick, in dem seine Stimme nicht meine Gedanken leitet, meine Handlungen führt und meine Schritte lenkt. Ich gehe der Wahrheit stetig entgegen. Es gibt sonst nichts, wohin ich gehen könnte, weil die Stimme Gottes die einzige Stimme und der einzige Führer ist, der seinem Sohn gegeben wurde. Siehst du, die Stimme Gottes ist die einzigste Wahrheit. Alles andere jeder Konflikt, jeder Kampf, alles andere, was du gemacht hast, ist nicht wahr. In Wahrheit kannst du nur die Stimme Gottes hören, alles andere ist Einbildung. Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Das Sigtes sagt dir jetzt die Stimme Gottes. Beginne es wahrzumachen. Beginne es zu demonstrieren. Beginne es zu deiner Wahrheit zu machen und nicht einfach zu sagen, naja, ich weiß. Ich werde von der Liebe Gottes erhalten. Wenn ich auf die Stimme Gottes höre, werde ich von seiner Liebe erhalten. Wenn ich meine Augen öffne, erleuchtet seine Liebe die Welt, damit ich sie sehe. Wenn ich vergebe, erinnert mich seine Liebe, dass sein Sohn ohne Sünde ist. Und wenn ich die Welt durch die Schau betrachte, die er mir verliehen hat, erinnere ich mich, dass ich sein Sohn bin. Von was wirst du erhalten? Von deinen eigenen Ideen? Wie fürchterlich alles ist? Wie schrecklich alles ist? Wie tragisch alles ist? Wie gefährlich alles ist? Wie schlimm alles ist? Oder wirst du von der Liebe Gottes erhalten? Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen? Und hier auch wieder, das gilt es zu üben. Die Worte, die heute zu dir gesprochen werden, genügen nicht. Es ist eine Übung, Lektionen, ein Arbeitsbuch. Was macht man mit einem Arbeitsbuch? Jeder Student an der Uni weiß, ah ja, das muss ich lernen, da muss ich mich hinsetzen, denn irgendwann kommt die Prüfung. Oh nein, du wirst nicht geprüft von Gott, du wirst jeden Tag, in jedem Augenblick geprüft, mit allen Situationen. Und wenn du nicht vorbereitet bist auf den Tag, dann wird dich die nächste Situation hinweg spülen und du befindest dich den ganzen Tag wieder in Furcht und Schrecken. Und hier kommt eine einfache Lektion. Ich werde von der Liebe Gottes erhalten und nur von der Liebe Gottes. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser